Wir erklären Altershirndruck, Symptome, Diagnose und Therapie. Familie Schmidt ist mit den Kindern zu Besuch bei Oma Erika. Während des gemeinsamen Spaziergangs im Park fällt ihnen auf, dass Oma sehr schlecht läuft. Und beim anschließenden Kaffee wirkt sie zunehmend verwirrt. Zu Hause sind Herr und Frau Schmidt ganz unsicher. Sind das etwa Zeichen von Alzheimer oder einfach das Alter? Sie recherchieren Erikes Symptome im Internet und werden dabei auf den Normaldruckhydrocephalus, auch NPH oder Altershirndruck genannt, aufmerksam. Das möchten sie mit einem Fachmann besprechen. Zusammen mit Oma gehen sie deshalb zum Neurologen. Der erklärt, dass es in unserem Gehirn sogenannte Hirnkammern gibt, die mit Hirnwasser gefüllt sind. Bei einem Normaldruckhydrocephalus weiten sich diese Kammern und das Wasser drückt auf das Gehirn. Folgen sind demenzielle Erscheinungen, Gangunsicherheit und Inkontinenz. Da sich die Krankheit schleichend entwickelt und häufig auf das Alter, Alzheimer oder Parkinson geschoben wird, bleibt ein Normaldruckhydrocephalus oft unentdeckt. Um zu prüfen, ob das bei Erika der Fall ist, macht der Arzt zunächst einen Gangtest. Da ihm das Ergebnis auffällig vorkommt, ordnet er gleich eine MRT-Untersuchung an. Diese zeigt, dass Erikas Hirnkammern tatsächlich altersbedingt geweitet sind und auf ihr Gehirn drücken. Der Arzt überweist Erika zum Neurochirurgen. Der Neurochirurg führt nun einen Hirnwasserablasstest am Spinalkanal von Oma Erikas Wirbelsäule durch und senkt damit vorübergehend den Druck auf ihr Gehirn. Erika fühlt sich nach dem Test klarer und auch ihr Gangbild ist merklich besser. Für den Neurochirurgen steht fest, Erika leidet an Altershirndruck. Familie Schmidt und Oma Erika sind froh über diese Diagnose, denn Altershirndruck lässt sich therapieren. Durch das Implantieren eines verstellbaren Gravitationsventils kann der Hirndruck reguliert werden. Überflüssiges Hirnwasser wird einfach abgeleitet. Die individuelle Einstellung erfolgt jederzeit komfortabel hinter Erikas Ohr und das Ventil ist von außen gar nicht sichtbar. Schon wenige Tage nach Erikas OP zeigt sich eine anhaltende Verbesserung der Symptome. Familie Schmidt ist ganz verblüfft, wie gut Oma jetzt wieder gehen kann. Und die freut sich über die Spaziergänge im Park mit den Kleinen. Mehr Informationen zur Diagnose und Therapie von Altershirndruck finden Sie auf mietke.com Die Spaziergänge im Park mit den Kleinen. Untertitelung des ZDF, 2020